Diese parasitoide Wespe legt ihre Eier direkt im Körper der Raupe ab. Bis zu 80 Stück auf einmal. Die Wespenlarven übernehmen dann die Kontrolle über das Nervensystem und damit den Appetit der Raupe. Das Tier frisst anderthalbmal so viel wie normalerweise. Bis irgendwann für die Larven die Zeit kommt, ihren Wirt zu verlassen. Die Larven fressen sich in die Freiheit, um draußen ihre Entwicklung fortzusetzen.